hallo meine lieben ich grüße dich ich bin deine kuiay lorena dann ist man hinaus beru und heute möchte ich mit dir über ein ganz wichtiges thema sprechen die zirbeldrüse in diesem kurzen video wenn wir über die einfluss der zirbeldrüse in unser körper in unsere geist und in unsere selle und durch schamanische techniken als auch empfehlungen die nicht überschreiten der wichtige rat von einem heilpraktiker oder arzt überschreiten ich bitte dich wenn du diese empfehlungen auf eigene verantwortung übernehmen möchtest dann bitte ich dich darum immer direkte kontakt mit den arzt oder heilpraktiker aufzunehmen so wir beginnen mit dem thema die zirbeldrüse erstmal was ist in sicht der zirbeldrüse erstmal der zirbeldrüse ist der bekannte dritte auge und wenn man das sagt dritte auge sprechen wir dass der punkt der zirbeldrüse befindet sich genau wo unser glückspunkt ist der glückspunkt befindet sich wenn du eine gerade linie baggerecht zur mutter erde durchführst und stell dir vor dass diese unsichtbare linie geht durch zwischen deinen augenbrauen und augenbrauen ungefähr halbe zentimeter zwischen deine augenbrauen stell dir vor du machst eine und durchsichtige linie und dann von deinem kronen chakra von diesem punkt senkrecht direkt nach unten dann diese zwei linien treffen sich in einem punkt und diesen punkt nennen wir die glückspunkt oder der organische zirbeldrüse die zirbeldrüse so wie man wo da sagt das ist eine drüse und diese drüse spendiert hormonen in den ganzen körper hormonen die unterstützt zum beispiel die melatonin die in der nacht in unserem schlafmodus auch dementsprechend für den körper produziert wird diese zirbeldrüse befindet sich in der höhe von unsere sechste chakra diesen bereich und es ist so klein stell dir vor so klein oder so groß wie ein reiskorn ein reiskorn die kinder wenn wenn ein kind geboren ist diese zirbeldrüse ist viel großer als für uns menschen wenn wir in einem erwachsenen stadium sind das heißt das bedeutet damit dass die kinder haben immer noch deswegen das ist der grund warum ist dass die kinder diese besondere klarheit und diese reinheit in ihre selle in ihrem geist noch haben je älter wir werden leider diese effekte zirbeldrüse wird sabotieren sabotiert und immer kleiner gemacht durch auch falsche ernährung oder auch falsche haltung in unserem normal leben das heißt die zirbeldrüse kann im laufe der zeit auch kaputt gehen die zirbeldrüse ist verantwortlich für diese innere haltung diese innere diese innere ohr die wir haben diese diese ohr die uns verbinden mit dem mit der natur das heißt durch die zirbeldrüse entsteht in uns eine verbindung zu der kosmos eine verbindung zu mutter natur stell dir vor ist ist wie ein diamant die hat eine unglaubliche verbindung das sind so es ist wie ein kristall ein diamant mit höheren fähigkeiten die uns dazu bringt dass wir uns mit dem kosmos auf eine körperliche geistige und seelische ebene möglich werden kann wir haben zum beispiel bei uns unterschiedlichen reträts und eine von dieser reträts heißt der dunkelheits reträgt zum beispiel und in diesem reträgt beide dunkelheits reträgt arbeiten wir nicht nur ein paar stunden sondern über tage erleben wir unterschiedlichen übungen bei denen wir in dunkelheit sind und was ist was wir damit erreichen zum beispiel die aktivierung der dritte augen oder die aktivierung der zirbeldrüse warum ist die zirbeldrüse sie sozusagen ist wie eine art durch die falsche nahrung falsche ernährung zum beispiel bringen wir sie zum in eine art von korrosionsstatus zu bringen das heißt wir verdunkeln sie und wir erlauben nicht dass sie dimensional so zu sein wachsen kann oder klarer wird die zirbeldrüse ist verbunden mit die weisheit oder es ist so von verbunden mit dem universum dass wir können sogar sagen dass sie die für die wichtigste anknüpft punkt ist um in der verbindung mit unserer selle zu sein es ist nach viele mythologischen angaben und es ist jetzt heutzutage ganz wichtig dass wir eine besondere ähm kontakt aufnehmen mit informationen von dem mythologie weil die mythologie versteckt in sich eine besondere wahrheit und das ist eine wahrheit die heutzutage will gesehen werden wir sind so oft belogen wir sind durch falsche nahrung und falsche konsum von lebensmittel würde in uns dazu gebracht dass unsere zirbeldrüse zerstört wird wenn wir keine verbindung zu unserer seele haben zu dieser reinste verbindung in uns verlieren wir uns selbst und kommen wir natürlich in eine tiefe suche und anhand dieser suche versucht unser geist in eine art von wie man das sagt wir versuchen unser schmerz nicht zu sehen und da ist der grund warum ist dass der mensch nehmt kontakt mit unterschiedlichen sucht mittel durch die suche unsere seele durch die suche der wahrheit entsteht ein tiefer innerer schmerz und wenn eine schmerz die nicht betäubt werden kann durch eine natürliche art und weise das ist klar dass die heutige zeit erlaubt dass der mensch in dieses suchmechanismus geht weil es gibt natürlich kräfte und mächte die möchten nicht dass wir unsere kraft sind dass wir diese verbindung zu unserer seele aufnehmen damit wir weiterhin belogen werden können hör auf zu suchen und arbeite bitte mit einer zirbeldrüse weil das ist genau zusammen mit der erdung die wichtigste wenn bestandteil des vier in uns tragen damit wir diese sogar verjüngungsprozess aktivieren können warum verjüngungsprozess die zirbeldrüse hat eine besondere eigenschaft und das heißt dass wenn da die zirbeldrüse reguliert der bildung von der melatonin beziehungsweise die bildung der melatonin unterstützt dass die zirbeldrüse in einklang ist das ist der grund und dadurch dass unser immunsystem verstärkt wird wenn unser immunsystem verstärkt ist dann entsteht in uns eine reibungslose weitere entwicklung von regeneration von unserer zellen wenn wir in der angst leben dann haben wir diese typische schlaflose nächte wenn du schlaflose nächte hast dann die bildung der melatonin wird dementsprechend beeinflusst und wenn die melatonin werte beeinflusst werden dann die zirbeldrüse kann nicht so glänzen so wie sie es könnte und wenn unsere zirbeldrüse geschwächt wird dadurch dann können wir keine verbindung zu unserer selle aufnehmen und wenn wir keine verbindung zu unserer selle aufnehmen können dann verbinde die verbindung zum kosmos die verbindung zu unserer ursprung wird blockiert anderen wichtigen aspekten die für uns ganz wichtig ist zu wissen ist das zirbeldrüse ist verbunden mit dem magnetfelder und wir wissen dass überall entsteht ein magnetismus der erde der erde ist wie ein riesiger magnet und diese magnet hat eine unglaubliche informationsquelle verbindung zum kosmos und wir sind mit dem magnetfelder verbunden wenn dies beeinflusst wird dann entsteht ein unglaubliches phänomen und diese phänomen sagt uns auch dass wir dadurch verlieren die verbindung zu uns selber es ist ein ganz wichtiger aspekt noch dazu dass ich dich erinnern möchte der menschliche körperliche form des menschens beinhaltet zwischen 80 bis 85 prozent wasser und wenn du aus reines wasser bist bedeutet dass du wie ein schwamm bis von information von dein gesamtes feld von dem gesamten universum wenn diese information eine fehlinformation dir gegeben wird und diese fehlinformation beeinflusst in dir oder bildet in dir diese emotion oder dieses gefühl der angst wirst du automatisch die verbindung zu deiner zirbeldrüse verlieren das wasser des körpers braucht eine hexagonales wasser ich bitte dich darum recherchiere und versuche viel hexagonales wasser zu trinken heutzutage gibt es mittlerweile günstigeren varianten wie wir an diese hexagonales wasser ankommen können wichtig ist dass du weißt dass unsere zirbeldrüse beeinflusst unser immunsystem und beeinflusst unsere innere uhr beeinflusst unsere innere wahrheit beeinflusst unsere verbindung zum kosmos und unsere selle und ganz wichtig reguliert das gehirn in unseren körper was bedeutet das wo ist das gehirn in unseren körper das gehirn unseres körpers ist unser darm wenn du beobachtest wie der darm aussieht der darm sieht auch wie ein gehirn aus und wir wissen dass der mensch befindet sich heutzutage in eine fast gesellschaftliche krankheit erleben wir alle problemen mit dem darm der darm ist eine der wichtigste organe die können die kann in uns sogar entscheiden ob wir krank werden oder nicht die ganze speicherung von unterschiedlichen gifstoffe die nicht nur in anderen organen sich ansammeln können haben die möglichkeit auch durch den darm ausgeschieden zu werden der darm wird quasi auch regiert durch unsere zirbeldrüse wir sprechen immer so oft über ganz schön wichtigen bestandteilen von unserer von unserer suche es gibt der volks krankheit heißt depression der volks krankheit heißt auch problem in den darm und auch eine ganz typische krankheit die wir leider überall auch hören ist natürlich der krebs der krebs ist an ist das ego krankheit ist eine krankheit die entstanden ist laut der schamanische sicht durch ein ego prinzip ist der ego heißt ich bin ich ich bin derjenige der alles alleine kann ich stehe über dich ich bin mächtiger als du dass der der krebs spricht niemals über gleichzeit oder über kreisbildung ego spricht über ich bin besser als du und so entsteht dementsprechend diese typische krankheit des krebs eine der richtungen es gibt natürlich anderen 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 wahrheiten diese ist eine davon laut der schamanische sicht die art und weise wie wir die zirbeldrüse aktivieren können ist besonders durch ganz scharfe meditation meditation bedeutet der abstinenz von gedanken wir wissen dass die gedanken sind wie das erlaubnis die unser geist gibt das dämonen in unserem system in unserem umfeld kommen man sagt nein die sind geister aber ich habe diese geister gerufen durch meine gedanken wenn du positiv denkst dann befindest du dich in eine besondere phase des des herzens der kosmische anbindung so alles was ist und existiert dann bist du in eine tiefe dankbarkeit und selbst annahme so alles was ist wir wissen wir sind in den zeiten in denen die menschheit in krieg ist und nicht nur die menschheit sondern wir wissen wir sind nicht alle menschen entsteht eine art von wahrheitskrieg krieg für die wahrheit krieg für die gerechtigkeit krieg für die gleichheit und wenn unsere zirbeldrüse korrodiert ist wenn unser zirbeldrüse auf eine auf eine art und weise aus unterschiedlichen art und weise zerstört worden ist durch fehlende ernährung durch diese schlaflose nächte zum beispiel fehlende ernährung meine ich falsche ernährung dann das ist klar dass wir nicht diese klarheit zum empfangen haben und unser körper dadurch auch krank werden kann es gibt unterschiedlichen geschichten und gründen dass unsere vorfahren immer uns ein hinweis gegeben haben besonders im besonderen spirituellen tempel ist die zirbeldrüse wie eine art von tannensapfen abgebildet worden wenn du schaust an dieses bild das sind die tannensapfen die überall immerhin fallen und laut unserer alte tradition besonders hier in europa unsere raunächte in der zeit in den am meisten der tannensapfen fallen ist wo auch der mensch die möglichkeit hat eine neue regeneration der zirbeldrüse aufzunehmen raunächte nicht vergessen deine raunächte immer zu feiern so gut es für dich möglich ist der zirbeldrüse die auf diese art und weise dementsprechend auch verkörpert ist weil so ähnlich ist sie es ist es kann aktiviert werden das heißt wir der menschen dürfen niemals glauben oder denken dass es ist nicht heilbar der mensch regeneriert sich neu die zählen regenerieren sich alle bestimmte zeit ein alle sieben jahren ich bin keine ärztin aber die zählen des körpers hat möglichkeit sich immer neu zu bilden wenn du eine wunder hast und du blut ist diese wunde ist dabei mit den zählen die dort sind sich neu zu regenerieren das heißt wir haben dadurch sich was zu erkennen dass der mensch hat immer die möglichkeit sich neu zu regenerieren in den alten schriften haben wir so oft gelassen das besonders in der bibel dass es würden gesprochen über alter von menschen die über die 350 jahren erreicht haben warum wohl in der zeit gab es kein florid in der zeit würde man sich natürlich ernährt in der zeit gab es so gut wie jetzt kein bluetooth und kleine handy die du dir an den kopf reinbringst oder drauf setzt ich bitte dich wenn du deine zirbeldrüse aktivieren möchte es wenn du deine zirbeldrüse schützen möchtest ernährt dich gut und das heißt viel grünes essen blatt blätter oder salaten gemüse die besonders grün sind versuche so gut es geht am darm zu reinigen von giftstoffe die uns dazu bringen dass unsere körper nicht in einem intensiven kreislauf da angeht unsere zählen haben wenige chancen sich neu zu regenerieren wenn wir voll mit gift sind meine wichtigste empfehlung nimm bitte ziolid unter anderem recherchiere es gibt genug beweisen dass diese ziolid eine besondere unterstützung ist um den darm richtig von giftstoffe zu befreien ja schon es gibt studien dass das circa 30 tage anwendung von ziolid sogar allergische reaktionen werden gemildert ebenfalls wird unterstützt sogar für krebskrankheiten sogar für tiere es wird auch unterstützt unterstützt unser ganzen mechanismus wenn dein darm verstopft ist von gift dann kann dein immunsystem überhaupt nicht schaffen in ihr kraft zu kommen zirbeldrüse darm reinigung sind wichtigen bestandteile für unsere verjüngung für unsere wachheit für unsere bewusstsein und für unsere möglichkeit in dieser welt sogar länger zu leben und nicht und nicht mit ständigen gedanken und angst der angst blockiert dich der angst wird überall besonders veröffentlicht oder es werden videos oder wie auch immer von einigen menschen produziert damit der menschen eine typische angst ankommt und wenn du in diese angst wenn du die angst die tür öffnen ist dann es ist logisch dass du keine möglichkeit hast dass dein immunsystem sich verstärken kann die angst ist gift für den geist und der selle und die die giftmittel wie fluorid und aluminium die überall verkauft werden damit wir es in unserer küche haben können oder durch unterschiedlichen impfungen das ist gift für unseren körper wenn du in einen neuen verjüngungsprozess der klarheit der wachheit und nicht es geht nicht nur um verjüngung deines körpers sondern in einen geist reinigung ankommen kannst genauso wie dein darm reinig und dann mit deinem körper auch in dieses syklus von der verjüngung von den entwicklung der neue kraft in deinem immunsystem in eine besondere mächtige kraft ankommt achte bitte auf deine zirbeldröse kein fluorid mehr in die zahnpasta bitte achte dafür dass du vielleicht ein bisschen apfel essig gemischt mit was trinkst und berücksichtige und sprich mit deiner arzt was passiert wenn du beginnst mit deiner nahrung zu ergänzen pass gut auf dich auf und achte dass so genauso wie du suchst nach dieser wahrheit die antwort befindet sich nicht in eine chemische präparat die nur dich benebelt sondern die antwort steht genau da in der natur laufe macht eine spaziergänge draußen wo die bäume sind wo die pflanzen beginnen jetzt zu erwachen wo die tieres sind und spüre wie deine klugshormonen hervorgerufen werden reinige dein darm von giftstoffe die wir genug gegeben haben aus ungewissheit aus erziehung es spielt mittlerweile keine rolle mehr pass gut auf dich auf ernähre dich gut und trinke mindestens zwei liter wasser am tag achte auf dein hexagonales wasser und lache öfters denken nicht viel beginne zu fühlen ich hoffe ich dürfte dich dadurch ein bisschen unterstützen mit dieser information von der geschichte der zirbeldrüse und wenn du interesse hast auf eine rasante art und weise dann zirbeldrüse zu aktivieren vielleicht kommst du auch mit uns zu einer unserer madre retritt bei dem ich mich auf dich freuen werde ich danke dir von herzen und ich sage dir auch ebenfalls heute ich liebe dich ich liebe die von ganzem herzen wenn du in deine kraft kommst kommst komm diese planet erde in ihre kraft wir sind viele du zählst zu uns und wir sind reine liebe verbunden von hand zu hand wir bilden ein kreis hier gibt es keine bessere als andere hier hat hat keine recht oder wenig recht hier geht es nur um verbindung danke dass es dich gibt und danke dass du was tolles für dich für dein immunsystem tust ich liebe dich danke für deine aufmerksamkeit danke